Hallo Wassermann, willkommen bei den Astroantwort Impulsen. Ich bin Anne. Heute geht es um deinen August 2024. Ich bin natürlich jetzt mega gespannt, was wir hier zu sehen bekommen. Wir ermitteln jetzt erstmal eine Hauptenergie für dich. Wollen mal schauen, worum es für dich in diesem Monat gehen soll, Wassermann. Was haben wir hier? Du hast eine sehr spezielle Aufgabe, lieber Wassermann. Du sollst dein Herz für Liebe öffnen. Das heißt ja nicht, lieber Wassermann, dass du lieblos bist oder dass irgendjemand das behauptet. Aber der Wassermann gehört zu den rationalsten Zeichen überhaupt und manchmal kann der Wassermann extrem verkapselt sein. Er ist meist oder sie, besser gesagt beide, extrem in der Schwertenergie, extrem in der mentalen Energie. Aber es scheint in irgendeiner Weise nötig zu sein für dich, lieber Wassermann, dass du ein bisschen, jetzt habe ich das Licht ausgemacht, auftauchst. Schauen wir bei dir rein, hier mit dem Licht- und Schattentarot. Worum geht es bei dir? Was wird geschehen? Was solltest du besser nicht tun? Wir schauen jetzt erstmal hier auf den zwischenmenschlichen Bereich, auf den 3D-Bereich, Finanzen, Beruf, Selbstständigkeit, Geld, was auch immer. Dann werden wir mal schauen. Erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche und eine Quintessenzenergie. Klären werden wir das später noch mit dem Lenormand-Deck. Wir haben hier die Botschaft bekommen, dass du dich für die Liebe öffnen sollst. Liebe hat viele Gesichter, Wassermann. Liebe bedeutet nicht nur Zweierbeziehung, das können die Kinder sein, das können Menschen allgemein sein, der allgemeine Umgang mit Menschen. Wir wollen jetzt mal sehen, was das Lenormand dazu sagt. Was möchte uns das Lenormand zum Hauptthema für den Wassermann sagen? Messages bedeutet, das ist der Brief. Das ist also das, was wir an Kommunikation aussenden. Und jetzt bin ich gespannt, was für Messages jetzt hier gemeint sind. Was heißt das? Wir haben hier den Bären. Und was ich hier so ein bisschen reinbekomme, Wassermann, dass du oft Botschaften aussendest, die vielleicht sehr dominant sind. So bekomme ich sie rein. Bitte nicht böse sein. Ich mache auch oft viele Dinge, Sendebotschaften aus, die mir, wo mir da nicht bewusst wird oder bewusst ist, dass es krabitzig klingt oder sonst irgendwas in der Art. Es geht hier um die Botschaften, die du aussendest. Vielleicht hast du in der letzten Zeit viel Druck gehabt. Das kann natürlich auch sein. Frage dich zusätzlich, ob alle Botschaften, die du in dein Umfeld sendest, immer herzlich sind oder ob es tatsächlich deine eigenen Botschaften sind. Weil ich habe hier den Hinweis darauf, dass man manchmal Botschaften senden könnte, die einem andere aufdominiert haben. Ein interessanter Hinweis. Viele Menschen lieben unter dem Einfluss anderer Menschen und geben dann Botschaften an andere weiter, die andere ihnen eingeredet haben. Das könnte hiermit gemeint sein. Liebe Wassermänner, nicht beleidigt sein. Es könnte ja auch sein, dass es nicht dein Reading ist. Aber ich sage immer das, was auf den Tisch kommt. Der zwischenmenschliche Bereich scheint dich im Moment nicht zufriedenzustellen. Obwohl du etwas hast, scheint dir das, was du hast, nicht genug zu sein. Ich spüre hier Trotz und Langeweile, Übersättigung von irgendetwas. Da müsste man sich jetzt natürlich fragen, von wem oder von was bist du übersättigt? Es kann aber auch andersrum sein, dass du, Wassermann, es mit irgendwem zu tun hast, der übersättigt, der trotzig ist oder der deinen Kelch möglicherweise nicht oder nicht mehr annehmen will. Bitte beachtet immer, das Orakel ist genderneutral. Entschuldige bitte, das sind die Pollen, die umherfliegen. Ich spreche oft aus der Sicht einer Frau einfach, weil ich eine Frau bin. Deswegen bleibt das Orakel aber trotzdem genderneutral. Oh, was haben wir hier im Berufsbereich? Oh, oh, finanzieller Bereich, 3D-Berufsbereich. Und was haben wir hier für Ketten, die dich festhalten? Bist du vielleicht zu materiell verhaftet? Hast du ein Problem mit Manipulation, mit Süchten, Abhängigkeiten? Hier sehe ich eine gewisse Gefahr. Was hält dich gefangen? Denn der Teufel kommt immer mit süßer Sprache, hat aber mit uns nichts Gutes im Sinn. Und dann verschlägt mir schon wieder die Sprache. Das tritt meistens auf, wenn andere Energien versuchen zu verhindern, dass ich irgendetwas ausspreche. Der Teufel ist eine der schlechtesten Energien und der Berufsbereich bedeutet Abhängigkeit, Materialismus, Unehrlichkeit, Lügen, Beeinflussung. Hast du es vielleicht im Berufsbereich, im 3D-Bereich mit Menschen zu tun, die dich manipulieren und verführen? Hast du irgendwelche Suchtprobleme oder hast du es möglicherweise mit solchen Leuten zu tun? Der Teufel ist immer eine sehr gefährliche Energie, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Was will uns der Teufel hier sagen? Lass uns mal bitte direkt drauf schauen, direkt drauf klären. Was will der Teufel hier sagen? Wir haben hier einmal den Schlüssel liegen. Hier geht es um Lösungen. Um Selbstbewusstsein geht es aber auch beim Schlüssel. Hier scheint es mit Lösungen nicht weit her zu sein. Hat dich vielleicht irgendjemand beeinflusst, irgendetwas zu beenden, was du gar nicht beenden wolltest? Oder hier ist es vorbei mit deinem Selbstwertgefühl. Es kann auch sein, dass du vielleicht Vorgesetzte hast, Kollegen hast, die dich so weit destabilisiert haben, dass du überhaupt keine Entscheidungen mehr treffen kannst, weil der Schlüssel steht auch für Erfolg, für eigenständige Entscheidungen. Es kann bei einigen Wassermännern auch sein, dass es mit dem Erfolg vorbei ist oder dass man vielleicht sogar für den Erfolg zu krank oder zu alt ist oder dass man das eingeredet bekommen hat. Ihr dürft niemals den Fehler machen, nur weil ihr in irgendeiner Sache keinen Erfolg mehr habt oder Erfolg Vergangenheit ist, denn alles ist hier kurzlebig im 3D, dass ihr irgendwelchen Süchten verfeilt. Also das ist eine sehr gefährliche Kombination. Es kann durchaus sein, und ich kriege jetzt gerade so einen ziemlich heftigen Kopfschmerz, dass einige Leute vielleicht einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben oder mit negativen Energien, um das hier zu verhindern. Und ihr werdet das merken, wenn ihr mit solchen Menschen zusammen seid. Ja, dann werdet ihr müde, dann bekommt ihr schlagartig Rückenschmerzen oder Ausschlag. Das sind dann diese teuflischen und dämonischen Kräfte, die da in dieser Person stecken. Vorsicht, wenn ihr neue Jobs anfangt, seid ein bisschen vorsichtig im August, weil ihr könntet hier tatsächlich an Leute geraten, die euch versklaven und die es einen Dreck schert, auf gut Deutsch gesagt, ob ihr euer Selbstwert entwickelt oder ob ihr Erfolg habt. Vorsicht, da habe ich jetzt keine gute Message und ich habe dann wirklich einen richtig heftigen Kopfschmerz bei dem, was ich hier spüre. Ich mag die Karte gar nicht mehr anfassen. Schauen wir auf die erste Woche. Page der Münzen. Du hältst Ausschau nach neuen Möglichkeiten. Es könnte beruflich sein, dass du hier etwas machst. Hier geht es erstmal darum, Page der Münzen guckt immer erstmal nur. Ja, der Page der Münzen macht noch nicht viel. Es kann aber sein, dass du für einen Neuanfang, den du vielleicht haben willst, noch nicht ausreichend Wissen, Fertigkeiten oder Geld hast. Der Page hat ja nur eine Münze und der steht auch erstmal nur auf einem Bein. Der hat zwar schon eine Balance, der weiß schon, wo die es hingeht, der hat aber noch nicht alles, was er braucht. Denn um wirklich Erfolg zu sein, müsste der Page schon mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Das tut er aber nicht. Ein Wind von links oder von rechts könnte den Pagen kippen. Hier geht es um die Ausschau nach Möglichkeiten, das, was man sich wünscht. Du wirst Möglichkeiten auch entdecken, aber du musst immer schauen, dass es auch die richtigen Möglichkeiten sind. Und bei allen Möglichkeiten, die du siehst, dich zu verändern, musst du ganz genau ein bisschen nachforschen, mit welcher Art von Leuten du es zu tun hast. Und wenn du tatsächlich dann Vorstellungsgespräche hast, dann hör bitte ganz genau auf das, was deine Intuition dir hier sagt. Da könnten auch Leute, du konntest auch dem Bösen begegnen. Das will ich dir nicht verschweigen, Wassermann. 2. Woche scheinst du vorwärts zu schreiten, Wassermann. Hier kommst du von dem Beobachten in die Begeisterung, in die Tatkraft. Hier gehst du vorwärts und ich könnte dir mal vorstellen, was dich treibt. Einige von euch könnten im 2. Woche in August die Lust treiben oder ihr könntet Lust bekommen, jemanden zu erobern oder jemand anders versucht, euch zu erobern. Kommt bitte, haltet euch bitte bei Leuten, die euch erobern wollen, immer an euren Privatbereich. Seid vorsichtig mit dem anderen 3D-Bereich. Nachbarschaft, Selbstständigkeit, Kunden, Leute aus dem Arbeitsbereich. Das würde ich in diesem Monat mich nicht trauen an eurer Stelle. Vorsicht! Geht euren eigenen Weg, tut das, was euch begeistert und lebt euer eigenes Feuer aus. Und wenn das bedeutet, dass ihr erstmal klein anfangen müsst, um Pionierarbeit zu machen, dann ist das eben so. Aber lasst euch nicht von Leuten ketten, die euch vielleicht Versprechungen machen, die nichts bringen. Ja, im Privatbereich, wenn du zum Beispiel in einer langfristigen Verbindung bist und du langweilst dich, dann halte bitte Ausschau nach Möglichkeiten, wie man Pep in diese Verbindung bringen könnte. Denn diese Verbindung ist stabil. Es ist auch, es passiert zwar nichts Besonderes, keine Highlights, aber diese Verbindung ist stabil und verlässlich. Und vielleicht musst du tatsächlich dein Herz noch ein bisschen öffnen und hier gucken, was könnte man denn anders machen, um die Leidenschaft in dieser Verbindung neu zu erwecken. Für die Singles unter euch, ihr seid so ein bisschen gefrustet, gelangweilt und sagt euch, warum bin ich immer noch Single? Haltet Ausschau, hier könnte ein Abenteuer für euch warten. Wobei ich jetzt hierzu noch nicht sagen kann, ist es jetzt nur ein Abenteuer oder wird daraus etwas? Schauen wir weiter. Oh, 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 hier haben wir jetzt doch den Hinweis. Liebe Singles, bitte gut hinhören. Ihr werdet ein bisschen aus eurer Komfortzone und aus eurer Lethargie rausgerissen, denn hier könnte eine Person auf dem Plan stehen, wenn ihr mal ein bisschen aus dem Quark kommt, aus der Komfortzone rauskommt, raus auf die Piste, Ausschau halten, mal was Ungewöhnliches machen. Hier könnte ein Seelenpartner auf euch warten und zwar in der dritten Woche im August kann es wirklich so sein, dass hier eine Person auf euch trifft oder ihr auf eine Person trefft, wo ihr erst mal ganz große Augen macht, weil ihr seid voll im Temperament und diese Person ist eher so zurückgezogen und still und geheimnisvoll, aber die wird euch sowas von faszinieren und ihr werdet sofort spüren, dass das eine intuitive Seelenverbindung ist. Also das sieht nach Verlassen der Komfortzone aus, weil wenn wir uns langweilen, müssen wir einfach auch mal ganz klar sagen, meisten Leute sind dann so, oh ja, ich langweile mich so und ich bin immer noch Singles, aber du musst auch was tun, denn der Märchenprinz wird nicht zu dir an die Haustür kommen und das Schelm. Ihr müsst raus aus der Lethargie, raus aus der Komfortzone, raus aus der Opferhaltung vor allen Dingen, denn die Vier der Kelche sehe ich auch ein bisschen die Opferhaltung, das Leben ist so langweilig und ich mach doch alles richtig. Nein, mit der Vier der Kelche macht man eben nicht alles richtig, da sieht man nicht, was man haben könnte und man nimmt vielleicht auch den Kelch oder die Liebe und die Möglichkeiten anderer Menschen nicht an und was haben wir hier für eine Überschrift, öffne dein Herz für Liebe, weil die Vier der Kelche kann manchmal auch schon so ein bisschen so sein, kurz vor der Enttäuschung, dass man sich gar nicht mehr öffnen will, das ist möglich. Schauen wir auf die Vierte, und hier haben wir die Wiedergeburt, also wer auch immer Single für euch ist, hier kommt jetzt der karmische Ausgleich mit einem Seelenpartner, das kann ich euch klar sagen. Das ist ein Seelenpartner, ob ihr den schon kennt oder nicht, habe ich keinen Hinweis, ja, sage ich jetzt ganz ehrlich, aber es ist jemand, zu dem ihr bereits vor dem Treffen eine intuitive Verbindung hattet, ob ihr den jetzt schon im 3D getroffen habt oder nicht. Und es ist ganz, ganz wichtig, ihr werdet sofort wissen, in dieser dritten Woche, dass das was für die Zukunft ist. Das werdet ihr wissen. Und schlagartig wird dieses Gefühl von, oh, alles plätschert dahin, es ist so langweilig, ich fühle mich so frustriert, das wird einmal schlagartig verschwunden sein, weil ihr das ganz genau spürt, dass das hier etwas ganz, ganz Großes ist. Das ist etwas Großes. Und diese Person, die da kommt, und ich fühle diese Energie als Person, ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Das ist eine weise Person, eine intuitive Person, möglicherweise sogar hellsichtige Person. Und die kann mit eurem feurigen Ausbruch sehr gut umgehen, die wird dazu lächeln und schweigen. Und die wird euch das Gefühl geben, irgendwo angekommen zu sein. Also Singles, bitte ganz, ganz gut aufpassen. Wer auch immer in einer etwas abgestorbenen, langfristigen Verbindung ist, der wird es wahrscheinlich hinkriegen, dass diese Verbindung eine Renaissance erlebt. Oder einige, weil ich sehe keine Trennungen, ich sehe keine Trennung oder so etwas. Ich glaube eher, ich glaube nicht, dass ihr dann aus einer langfristigen Verbindung rausgeht, sondern ihr findet einen Weg, in die Leidenschaft zurückzukehren, wieder in die Intuition zurückzukehren, in das Emotionale, weil die Hohepriesterin fühlt, die empfängt, das ist eine passive Energie, die lässt sich finden. Und das scheint eine totale Wiedergeburt im emotionalen Bereich zu sein. Vielleicht in Einzelfällen kommt ein anderer Partner, eine andere Partnerin zum Tragen, zu der man vielleicht eine ganz spezielle Verbindung hat, die eigentlich dem eigenen Temperament gar nicht so sehr entspricht. Quintessenz? Ach doch, schau mal eine an. Seelenpartner, Verbindung und jemand aus der Vergangenheit. Aha. Es geht also doch hier darum, dass die Leidenschaft, dass man vielleicht Ausschau hält nach jemandem aus der Vergangenheit, oder dass jemand vielleicht bei einem Feier, bei einem Ereignis, weil der Ritter der Stäbe steht auch manchmal für Musikveranstaltungen, für Sport, für irgendwelche speziellen Hobbys, die man ausübt, dass man da wieder auf diese Person trifft. Hätte ich jetzt nicht gedacht nach dem Bild, aber es sieht so aus, dass es hier eine extrem starke Seelenverbindung gibt bei dir, die möglicherweise schon längerfristig Vergangenheit ist. Und das hat dich nicht unbedingt glücklich gemacht, dass diese Seelenverbindung zu Ende gegangen ist. Weil vielleicht sogar im 3D Einflüsse auf dich eingewirkt haben. Abhängigkeiten. Finanzielle Abhängigkeiten. Substanzabhängigkeiten. Verführungen. Also was dich auch immer in deinem alten Leben festgehalten hat, es war nicht richtig. Aber das musst du für dich entscheiden. Ich bin ja nur der Bote, der das Paket liefert. Du musst gucken. Aber hier kann es sein, dass es hier zu einer Wiedervereinigung mit einem Menschen kommt, der zu dir eine wirkt. Ich rede nicht gerne von Seelenverbindungen, Wassermann. Wo bin ich jetzt? Nein, ich bin doch beim Steinbock. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Egal. Ich mache einfach weiter. Weil das hat mich jetzt... Ich war jetzt so drin in dieser Sache, dass ich alles andere vergessen habe. Nein, wir sind beim Wassermann. Weil das ist so beeindruckend, was ich hier sehe. Und so gegensätzlich, das erschlägt einen fast. Aber das hier ist böse. Vielleicht habt ihr es mit bösen Menschen zu tun im 3D, im Berufsbereich. Vielleicht standest du unter einem bösen Einfluss. Ich will nicht hoffen, dass das hier du warst oder bist. Denn dann bist du wirklich aufgefordert, dich zu ändern. Und wenn du es nicht tust, wird es all das für dich nicht geben. Und das wäre schade. Wassermann. Jetzt muss ich erstmal Luft holen. Wassermann. Ich wünsche dir jetzt erstmal die richtigen Erkenntnisse, die richtigen Entscheidungen. Lass mir ein Däumchen da. Und vielleicht sehen wir uns im September wieder. Mach's gut. Und ja. Wir sehen uns im September wieder.